Und jetzt müssen Schocks und Happy hier so ein bisschen die Runde drehen, aber Bombe ist komplett unter Kontrolle. Banane auch schon sehr weit unten zugemacht. Happy macht den nächsten mit da oben. Zwei gegen drei. Ist holbar, allerdings haben sie auch keine Granaten mehr zum Einnehmen. Und Zeus weiß jetzt natürlich nicht, ob vielleicht was über Cetibase kommt. Und das ist auch der Plan von Happy. So viel Zeit bleibt dann allerdings nicht mehr. Und Zeus hat das da voll im Blick. So, jetzt gehen sie den Happy pushen erstmal. Der bekommt einen und nun Schocks hier gegen zwei. Oh, 20 Sekunden. Oh, 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 oh. Und was für starke Bubis hier bei LDL-C. Jungs, Schocks und Happy drehen hier die Runde im 2-on-5. Ja, lecker mir. Ja, lecker mir. Wahnsinnsrunde von LDL-C. Ich gehe von oben. Ich gehe von oben. Oft steckt sehr? Undanim uw assumed. 敢 ver 진ya? Bock? Vielen Dank.